«Socken», «Söckchen» und «Strumpfhosen» von «Avela» Für jeden Tag und für besondere Gelegenheiten Diese gibt es jetzt bei Coop in vielen aktuellen Trendfarben Auf diesen modernen Hochleistungsstrumpfautomaten entstehen aus feinstem Garn alle drei Minuten ein paar Avela-Strumpfhosen Aus einzelnen Strümpfen zwar noch und bei der Zeche offen aber schon mit dem Hosenteil und mit eingestrickter Fersen Diese Maschine schliesst zuerst die Fussspitze und näht dann die beiden Strumpfteile zu der eigentlichen Strumpfhose zusammen Erst jetzt wird die Arolin je nach Bedarf so gefärbt, wie es die aktuellen Trends verlangt und diese Anlage verpasst den Strumpfhosen anschliessend unter Dampf ihre bleibende Form für mehr Komfort und einen perfekten Sitz «Avela-Strumpfhosen von Coop sind jetzt so günstig, dass man einfach muss zugreifen» «Guten Abend miteinander, auch ohne Fleisch, Eier oder Milchprodukte kann man den täglichen Eiweissbedarf decken» «Mit Hülsenfrüchten nämlich, die bei uns nicht den Stellenwert haben, den sie eigentlich verdienen» «Für den Linsentopf, den ich Ihnen heute zeigen möchte, dämpfe ich Zwiebeln und Knoblauch in Erdnussöl» «Dämpfe Peperoni und Lauchstreifchen mit» «Giebe die Linsen dazu» «Und lösche mit Bouillon ab» «Würze ich mit Curry, Kümmi, Chili-Pulver, Zimmet und einem Lorbeerblatt» «Und währenddem das Gericht jetzt zugedeckt eine halbe Stunde kochen» «Haben Sie bequem Zeit, einen Tomaten-Salat zu machen, der sehr gut dazu passt» «Und wenn Sie noch ein Stück Vollkornbrot dazu servieren, gibt das eine ganz ausgewogene Mahlzeit» «Wir jede Woche finden Sie das Genaurezept in der Coop-Zeitung und im Teletext» «Ein Guten» «Bis am nächsten Dienstag offeriert Ihnen Coop 300 Gramm Salami Alfredo Tipo Milano für nur 4,20 €» «Ein Liter Sinalco für nur 95,00 €» «Und ein Beutel Arni Prussien, 1 Franken günstiger für nur 3 Franken» «Und morgen, übermorgen und am Samstag gibt es bei Coop das Kilo Uva Italia Trauben für nur 1,90 €» «Und das ist neu bei Coop» «Die Fitness Light Butter mit 38% weniger Kalorien gibt es jetzt auch im 200 Gramm Mütterli» «Dauer und Dauer, reine Natur» «Auf Wiedersehen» «Ein Liter S nicio grad ist mit 3 Franken im Glanfarzen und am lieben und am lieben.» «Auf Wiedersehen»